Apostolische Schreiben Desideravi des Heiligen Vaters Franziskus über die liturgische Bildung des Volkes Gottes 61. Ich wollte nur einige Überlegungen anstellen, die den unermesslichen Schatz der Feier der heiligen Geheimnisse sicher nicht erschöpfen. Ich bitte alle Bischöfe, Priester und Diakone, Seminarausbilder, Lehrer an den theologischen Fakultäten und Schulen sowie alle Katecheten und Katechetinnen, dem heiligen Volk Gottes zu helfen, aus dem zu schöpfen, was seit jeher die Hauptquelle der christlichen Spiritualität ist. Wir sind aufgerufen, den Reichtum der allgemeinen Grundsätze, die in den ersten Nummern von Sacrosanctum, Concilium dargelegt sind, immer wieder neu zu entdecken. Und die enge Verbindung zwischen der ersten, der konziliaren Konstitutionen und allen anderen zu verstehen. Deshalb können wir nicht zu jener rituellen Form zurückkehren, die die Konzilväter Kumpetro und Subpetro für reformbedürftig hielten, indem sie unter der Führung des Geistes und nach ihrem Gewissen als Hirten die Grundsätze billigten, aus denen die Reform hervorging. Die heiligen Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. haben die revidierten liturgischen Bücher per Dekret Sacrosancti genehmigt und damit die Treue der Reform zum Konzil garantiert. Deshalb habe ich Traditionis Custodes geschrieben, damit die Kirche in der Vielfalt der Sprachen ein und dasselbe Gebet erhebt, das ihre Einheit zum Ausdruck bringt. Diese Einheit möchte ich, wie ich bereits geschrieben habe, in der gesamten Kirche des römischen Ritus wiederhergestellt sehen. 62. Ich möchte, dass dieser Brief dazu beiträgt, uns erstaunen, über die Schönheit der Wahrheit des christlichen Feierns neu zu entfachen, uns an die Notwendigkeit einer authentischen liturgischen Bildung zu erinnern und die Bedeutung einer Kunst des Feierns zu erkennen, 63. Die im Dienst der Wahrheit des Pascha-Mysteriums und der Teilnahme aller Getauften steht, jeder mit der Besonderheit seiner oder ihrer Berufung. 64. All dieser Reichtum ist nicht weit von uns entfernt. Er findet sich in unseren Kirchen, in unseren christlichen Festen, in der zentralen Bedeutung des Sonntags, in der Kraft der Sakramente, die wir feiern. Das christliche Leben ist ein ständiger Weg des Wachstums. Wir sind aufgerufen, uns mit Freude und in Gemeinschaft formen zu lassen. 63. Deshalb möchte ich euch noch einen Hinweis geben, damit wir unseren Weg fortsetzen können. Ich lade euch ein, den Sinn des liturgischen Jahres und des Tages des Herrn wieder zu entdecken. Auch dies ist eine Aufgabe des Konzils. 64. Im Lichte dessen, was wir zuvor in Erinnerung gerufen haben, verstehen wir, dass das liturgische Jahr für uns die Gelegenheit ist, in der Erkenntnis des Geheimnisses Christi zu wachsen, indem wir unser Leben in das Geheimnis seines Pascha-Mysteriums eintauchen, während wir seine Wiederkunft erwarten. Dies ist eine echte Weiterbildung. 65. Unser Leben ist keine zufällige und ungeordnete Abfolge von Ereignissen, sondern ein Weg, der uns von Ostern zu Ostern mit ihm in Einklang bringt, während wir die Erfüllung der seligen Hoffnung und das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. 65. In der durch Ostern neu gewordenen Zeit feiert die Kirche alle acht Tage am Sonntag das Heilsereignis. Der Sonntag ist, bevor er ein Gebot ist, ein Geschenk Gottes an sein Volk, weshalb er von der Kirche mit einem Gebot geschützt wird. 65. Die sonntägige Feier bietet der christlichen Gemeinschaft die Möglichkeit, sich durch die Eucharistie formen zu lassen. Von Sonntag zu Sonntag erhält das Wort des Auferstandenen unsere Existenz und will in uns wirken, wozu es gesandt wurde. 65. Von Sonntag zu Sonntag will die Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut Christi auch unser Leben zu einem, dem Vater wohlgefälligen Opfer machen, in geschwisterlicher Gemeinschaft, die zum Teilen, zur Aufnahme und zum Dienst wird. 66. Von Sonntag zu Sonntag stärkt uns die Kraft des gebrochenen Brotes in der Verkündigung des Evangeliums, in der sich die Authentizität unserer Feier zeigt. 67. Lassen wir die Streitereien hinter uns, um gemeinsam auf das zu hören, was der Geist der Kirche sagt. 67. Pflegen wir die Gemeinschaft. 68. Staunen wir weiterhin über die Schönheit der Liturgie. 69. Wir haben das Pascha geschenkt bekommen. 69. Lassen wir uns von dem ständigen Wunsch des Herrn beschützen, es mit uns zu essen, unter dem Blick Mariens, der Mutter der Kirche. Gegeben zu Rom, bei St. Johannes im Lateran, am 29. Juni, dem Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus im Jahr 2022, dem 10. meines Pontifikates, Papst Franziskus. Der ganze Mensch erschauere, die ganze Welt erbebe, und der Himmel juble, wenn auf dem Altar in der Hand des Priesters Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. 70. O wunderbare Hoheit und staunenswerte Herablassung. 71. O erhabene Demut, o demütige Erhabenheit, 71. dass der Herr des Alls, Gott und Gottes Sohn, sich so erniedrigt, 71. dass er sich zu unserem Heil unter der anspruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt. 72. Seht, Brüder, die Demut Gottes und schüttet vor ihm eure Herzen aus. 73. Erniedrigt auch ihr euch, damit ihr von ihm erhöht werdet. 74. Behaltet darum nichts von euch für euch zurück, 75. Damit auch ganz aufnehme, der sich euch ganz hingibt. 80. 80. 80. Vielen Dank.